Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Beim letzten Part habe ich hier vergeblich versucht mein Bett hinzustellen. Aber ich werde es schaffen. Ich weiß auch schon wie. Und zwar wenn ich hier eins hinsetze und dann blub mache. Da steht da mein Bett. Ja ich weiß dass es noch keine Texturen hat. Bla bla bla. Das habe ich schon mal erklärt. Ich hatte immer noch keine Lust mir das nochmal neu zu suchen. Und so. Ich brauche nicht unbedingt ein Bett. Das schön aussieht. Es soll nur seinen Zweck erfüllen fürs Erste. Gut. Was wollte ich jetzt auf jeden Fall noch machen? Ich wollte mit Stockwerk Nummer 2 anfangen. Und für Stockwerk Nummer 2 brauche ich wieder ganz viel Sand. Und den buddeln wir uns jetzt wieder weg. Mal wieder Sand buddeln. Hooray. Das haben wir ja schon so lange nicht mehr gemacht. Ach hey. Ihr könnt bestimmt schon Sand gar nicht mehr sehen. Wird auch so wenig wie ich. Aber was soll's. Das muss auch gemacht werden. Sand. 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 Mehr Sand. So. Buddeln wir uns das alles schön weg. Dann stelle ich aus dem ganzen Zeug Sandstein her. Und dann mache ich wieder Sandstein. Halbsteine und bla 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 und blub 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 blub. Und zwar will ich dann eine Treppe hoch in das erste Geschoss führen lassen. Und ja. Ich hoffe, dass das dann relativ gut aussieht. Und wenn's gut aussieht, freue ich mich an Keks. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe einfach, dass es etwas wird. Wie gesagt, ich baue das alles ziemlich spontan hier gerade. Ich hab nicht besonders große Pläne im Kopf. Nur ungefähr. Und ja. Einfach mal gespannt, wie das zum Schluss aussehen wird. Ihr seht hier ein Abbild meiner Spontanität. Spontanität. So. Jetzt machen wir uns hier erstmal wieder einen neuen Sandstein. So. Wuhuhuhuhu. 34, glaube ich, war... Ach, nein. 32. Okay, das reicht auch. 35. Okay. Das sieht doch schon mal okay aus. Gut. Und zwar will ich... Ich will... Ich will... Einmal von hier nach oben. Oder ne? Oder doch? Doch, das machen wir so. Also. Hier muss ganz oben sein. Also machen wir mal hier komplett zu. Hier muss ein Halbstein rein. Noch nicht. Nr. Na komm schon. So. Okay. Gut. Was mache ich hier eigentlich? Ich probiere einfach mal etwas rum. Mal schauen, was daraus wird. Plopp. 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 Ja, okay. Ne? Ich probiere einfach mal weit. Ich mache hier mal zwei Halbsteine weg. Einmal. Zweimal. Und setze die dann auch gleich nochmal neu hin. Na komm. Es laggt etwas. Plopp. 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 Oh nein. Irgendwas. Da stimmt was nicht. Da ist doch was falsch. So kann ich doch da überhaupt nicht hochgehen, glaube ich. Hm. Ne. Gut. Gut. Wir machen das ganz anders. Wir machen da einfach simple Leitern hin. Dann ist es einfacher. Ich klopfe den ganzen Müll hier wieder weg. Plopp. 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 So, hier wieder zu. Hier ist nie etwas passiert. Gut. Wir werden dann mal hier zu machen. Hierzu. Und hier dann so wie eine Säule runterziehen. Boah. Jetzt hätte ich das auch weglassen können. Egal. Plopp. So, hier einsenden und da einsenden. Und die Säule lassen wir dann. Dann machen wir die Leiter dran. Wahrscheinlich hier. Damit wir hier hoch können. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Einmal das weg. Einmal das weg. Und dann. Plopp. 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 So. Wunderbar. Gut. Jetzt. Gehen wir. Ans Leitermachen. Denn wir brauchen einen Leiter, um nach oben zu gelangen. Schauen wir mal, was wir noch alles in unserer kleinen Kiste haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, das sind Schafe gespawnt. Alle auf einem Fleck. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir, glaube ich, noch. Ein paar. Ne, Zäune haben wir, glaube ich, noch. Keine Leitern. Leitern haben wir, glaube ich, noch gar nicht gebraucht. Irgendwie so. Irgendwie so. Schauen wir einfach mal rein. Plopp. Ja, doch, wir haben Leitern. Fünf Stück, die müssten eigentlich auch erst mal reichen. Hoffe ich zumindest. Gehen wir wieder zurück. Nehmen schon mal die Leitern hier in die Hand. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg zu unserem noch nicht ganz fertigen Strandhaus. Das aber langsam immer mehr Form annimmt, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Es könnte schlechter aussehen. Ja, ich habe schon schlechtere Sachen gesehen. Wirklich schlechtere Sachen. So, danach nehmen wir. Na, geh auf Tür. Plopp. Gut, dann machen wir da ein Sinn und da ein Sinn. Und da ein Sinn und da ein Sinn. Ja, gut, müssen wir zwar einmal hüpfen, aber das reicht jetzt auch erst mal. Das reicht erst mal. Gut. Dann überlege ich mir mal, was wir hier oben noch alles machen. Zuerst setze ich hier mal ein paar Fackeln hin. Ihr wisst ja, Dunkelheit und so und Monster und so. Gut. Plopp. Plopp. Okay, was könnte man hier oben jetzt noch machen? Ich würde irgendwie gerne so Treppen runter machen, so nach vorne, so blöb, blöb. Ich glaube, das wird gar nicht so schlecht aussehen. Probieren wir es einfach mal. Aber, soll ich die hier an die Seite machen? Ja, ich mache sie hier hin. Einfach schon. Ähm, das da oben lasse ich mal. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das richtig mache. Wegen diesen Holzstuhl, äh, wegen diesen Halbsteinen, muss man immer etwas abmessen. Das ist ja nicht so einfach wie mit normalen Leitern. Plopp. Plopp. So wird das dann aussehen. Etwas lang, oder? Hm. Schauen wir mal. Plopp. 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 Halbsteine leer. Yay! Neue machen, neue machen. Geht auch ganz schnell. So. Plopp, plopp, plopp. Den Sandstein heben wir mal auf, falls wir den noch brauchen. Wir müssen ja eh nochmal Sand abfarben. Obwohl, eigentlich könnten wir das hier auch weg machen. Plopp, plopp. Gut, dann sind wir oben. Und ich würde sagen, die Steine hier machen wir weg. So. Gut. Ja, das sieht doch dann schon mal ganz anders aus. Dann nehmen wir den restlichen Sandstein noch. Und setzen den einfach mal da oben hin. Plopp, plopp. Plopp, plopp, plopp. Plopp, plopp, plopp. Plopp, plopp. So. Da einen hin. Da einen. Da einen. Da einen. Es fehlt noch einer. Aber. Den bekommen wir auch noch. Weil wir ja hier wieder welche wegkloppen. Einmal den. Einmal den. So. Aber das hier unten müssen wir auffüllen. Und dann haben wir nicht genug. Nein. Gut, aber das lässt sich ja schnell machen. Sand dauert ja zum Glück nicht so lange zum abbauen. Nicht so lange wie Redstone. Also Redstone ist echt schlimm mit abbauen. Das dauert so lange. Irgendwie. Plopp, 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 plopp. Zum Glück braucht man nicht so viel Redstone. Also ich zumindest nicht. Ich habe im Moment auch noch nicht vor, damit irgendwas zu bauen. Von daher. Von daher ist das alles ganz gut so. Gut, jetzt müssen wir erstmal einen neuen Sandstein machen. Und dann können wir hier neue Halbsteine machen. Gut. Plopp. Plopp. Und dann können wir diese Stufen hier vollenden. Plopp. Hooray. Hooray. Gut. Was ich hier oben dann auf jeden Fall noch machen will, sind Zäune. Das ist dann sowas wie ein kleiner Balkon, ja. Zäune. 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 Haben wir noch Zäune? Hatte ich noch welche drin? Zäune. Ich glaube schon. Aber nicht viele. Hm. Nicht viele. Na gut. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Zu glauben, dass ich glaube. Ja. Ich würde eigentlich schon fast sagen, dass wir das so lassen können. Das Strandhaus fürs Erste. Weil ich irgendwie keine Ideen mehr habe. Vielleicht fällt mir später noch irgendwas ein, wie man es noch erweitern könnte. Aber. Ja. Ja. Doch. Ja. Schauen wir mal nochmal rein. Hier oben ist ja alles okay. Da kann nix spawnen. Jo. Hier kommt nix hin. Da kann nix reinfallen. Weil die Spinnen größer sind, wie die Löcher da oben. Und. Ja. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ich bin relativ zufrieden. Auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Aber. Was will man machen? Aber ich schläge mich jetzt als erstes mal ins Bett. Plupp. Plupp. Und mir ist eingefallen. Oh mein Gott. SP. Du hast schon wieder vergessen auf normal zu stellen. So. Monster an. Und der Spaß beginnt. Gut. Was ich jetzt als nächstes vorhabe. Ist. Na. Komm. Geh raus. Diesen. Dungeon da zu erforschen. Wo ich schon mal drin war. Hier. Da will ich rein. Genau. Ich trau mich was. Haha. Ich bin jetzt B. Gut. Aber vorher. Müssen wir uns wahrscheinlich ein paar Spitzhacken. zusammenwurschteln. Damit wir die mitnehmen können. Und das wir da auch das ganze Zeug abbauen können. Was wir da drin finden. Neeeee. Denn es wäre schon etwas schlecht, wenn wir da mit. Mit nur. Dieser fast kaputten Spitzhacken reingehen würden. Und wir da schöne Sachen drin finden würden. Wir es gar nicht mitnehmen können, weil wir keine Spitzhacken mehr haben. Das wäre natürlich überhaupt nicht toll. Und darum sorgen wir vor. Ich tue jetzt hier erstmal das Fleisch wieder hier reinpacken. So, gut. Das Eisen, ja, ich muss jetzt ein bisschen die Kiste aufräumen. Hier sieht's ja aus. Gut, die Pilze und das Ei. Und so, das können wir zum Essen machen. Also, in die Essenskiste. So meine ich das. Die Feder kann hier bleiben. Und der Sandstein und die Halbsteine können auch hier bleiben. Das Glas sowieso. Blub. Gut. Kies lassen wir auch mal. Ne, nehmen wir mit. Holz lasse ich aber da. Erde und Steine können wir mitnehmen. Gut, die Setzlinge noch. Lassen wir mal da. Okay. Ein Schwert nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Ne Schaufel haben wir. Und jetzt machen wir uns gerade noch ein paar Spitzhacken. Blub, 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 blub. Ich hoffe, wir finden auch einen. Ach, guckt mal. Da haben wir auch noch Zeug. Das nehmen wir auch gleich mit. Ah, die Eisenspitzhacken nehmen wir auf jeden Fall mit. Gucke ich mal, ob hier noch irgendwas im Ofen ist, was zum Brennen ist. Nein, nichts mehr drin. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier mal den Part. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.